Moin moin! Ich wollte euch mal zeigen, was ich zur Zeit... Ich habe das aus Versehen ein paar Sekündchen laufen lassen, also ein paar Sekündchen mehr. Ich habe die jetzt da zum Futtern hingeschickt, weil die jetzt hier mir alle aus Versehen fast kapiert sind. Und da muss ich jetzt mal kurz nachgucken, hier habe ich einen weiteren hingesetzt, einfach damit ich hier wieder ein bisschen Verstärkung mehr habe. Ich wollte gerade auch gucken, habe ich schon eine Opferungsstätte? Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich da. Klar, wohl, hier. Dann wollte ich nämlich mal gucken, ob ich nach da oben komme, lebend, nachdem ich das Ding da besiegt habe, weil das ist ja auch noch so ein Erfolgsding. Und ich habe noch sowas hier entdeckt. Diese Grabsteine leuchten. Gruselig. Die haben da noch Kleinigkeit zu essen, dann müsste ich sie weiter schicken. Das sind, ups, Entschuldigung, Raketen mit einer steife Katze. Ach, süß. So, gucken wir mal, wie es den anderen geht, dann kann ich die ja theoretisch schon mal mitschicken. Denen geht es gut, die haben alle wieder ihre Sachen, dann kommen die auch hier hin und dürfen dann sich dort oben den Bären widmen. Und die dürfen, sobald die anderen so einigermaßen in der Nähe sind, auch losmarschieren. Wir wollen ja hier niemanden in den Tod schicken. Wo sind sie denn? Ach, da laufen sie. Ah, okay, okay, okay. Gut, dann lassen wir die jetzt auch losmarschieren. Oh, ich sehe gerade, die haben nicht alle Waffen, das ist ah, doof. Ich war wieder zu schnell. Viel zu schnell, dann kann ich die direkt wieder zurückschicken. Das ist ja wirklich doof. Und die hier haben ja alle. Die dürfen hier hin. Denn da gibt es wieder was zum Mampfen. So wie ich das sehe, ist hier alles wieder sicher. Dann kann ich da ja jetzt mich ausbreiten. Ich möchte nämlich gerne dafür sorgen, dass es mehr Essen und Trinken für meine Bewohner natürlich gibt. Wenn wir mal hier vorne im Fischern hin, ist ja eine ideale Stelle, ne? Und noch ein. Dann brauchen wir auch schon wieder eine Wohnhütte. Hey, wieso hat der die es nicht gesetzt? Der sollte mir den da setzen. Das ist sowas. Und ja, wieder so ein teures Ding, weil wir es da hinsetzen können. Und sich anbietet, warum nicht? Der liegt neben dem grünen Gesiebter ein Auge, ein ziemlich großes. Das muss ja ein Riesen oder so gehört haben. So, dem geht's ja gut. Die haben ja alle was. Wer wird denn da schon wieder angegriffen, bitte? Was? Die hat die ganze Meldung gemacht. So, dann gucken wir doch mal. Da oben sind weitere Gegner. Da sind Gegner. Ich denke mal, wir setzen uns jetzt um hier hin. Und holen uns. Die haben jetzt alle? Sehe ich das richtig? Ja. Dann dürfen die auch dorthin. Dann gucken wir uns mal diese Frischlinge an, die wir hier drin haben. Die haben auch alles. Wunderbar. Dann dürfen die auch dorthin. Sobald die anderen dann da sind. Ich dachte, ich habe ihm geholfen. Aber jetzt schreibt er mich wieder an. Okay. Man hilft ja sich gern gegenseitig bei YouTube. Das ist ja kein Problem. Wie holen die denn? Achso, die gehen ins Lara und holen sich da was. Öffnen wir das Ding mal. Wow. Wir haben es geschafft. Ohne Verluste. Ich habe gemerkt, ohne Verluste. Ich wiederhole, ohne Verluste haben wir es geschafft. Sitzen wir mal da hin. Da so. Und die dürfen hier wieder hin. Zwei Fischer stehen. Das Haus ist fast fertig. Wunderbar. Das ist schon fertig. Das ist auch fertig. Super. Wirklich super. Können wir da? Nein, können wir kein großes. Dann setzen wir da vorne das große hin. Das ist ja nicht besonders teuer. Das ist ja nicht besonders teuer. Ich glaube, ich glaube, das war gerade eben in der Ruckla. Nicht gut. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde das Spiel so lange spielen, wie der erste Nachwahlhalle aufsteigt. Ich glaube nicht, dass ich das dann weiter... Ich habe nämlich noch weitere Pläne. Ich muss ja noch live bespülen und sowas. Das ist ja auch noch ein sehr zeitintensives Spiel. Ich weiß nicht, wenn ich das wieder... Oh Gott, ich habe mir eine Miene und alles dann, die ich mir noch ausbauen will. Mal gucken. Was findet eigentlich die Geologen... Personen hier so... Ob ich denn den Hingabot da... Er findet natürlich nur den Stein. Das ist doof. Bewegen wir ihn mal hier rüber. Mal sehen, was er hier so findet. Da waren kann ich ihn ja, ne? Ne, nur da oben. Ab da oben. Hier. Gut. Oh, das ist voll fies, dass der mir nicht so viel gibt, wie ich gerne hätte. Von den ganzen Sachen, die so möglich sind. Hey. So. Jetzt werden wir aber... Das nächste bauen. Und zwar... Ne, das macht eigentlich noch keinen Sinn. So wirklich. Ach, wir kämpfen einfach. Ich werde jetzt erstmal nichts... Erstmal nichts bauen. Und die hier dürfen auch mit dorthin. Und wir werden das mal ein bisschen beschleunigen. Da kommen die beiden Truppen schon mal. Die anderen kommen da auch ganz langsam. Da. Ja, super, hat doch geklappt. Sind alle da? Wunderbar. Dann werden wir jetzt langsam mal vorstoßen hier. Eisenerz gefunden? Eisenerz gefunden? Wo? Was? 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 Wo hat die denn die Eisenerz gefunden? Hä? So sieht jetzt das Eisenerz-Schild aus? Soll das nicht mal anders aus? Egal, wir können eine Mine bauen, Leute. Wir können eine Mine bauen. Oh mein Gott. Wir können eine Mine... Oh, ist das so... Echt jetzt? Jetzt echt? Oh, ich hoffe, dass wir das trotzdem jetzt hier kriegen. Das ist ja fies. Findet man das? Und man kann nicht bauen, oder wie? Ist das gemein. Gut, gucken wir mal hier oben, wie geht's denen? Die müssen sich sputen. Nächsten Tier und Tiere zu bezwingen. Wollen die mir hier verhungern? Die müssen wir ja gleich wieder zurückrufen, deswegen. Direkt weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Jetzt die großen Hände. Oh. What? Habt ihr das gesehen? Da hab ich noch einen Wolf gesehen, der tummelt da rum. Das heißt, der hier darf da nochmal hin. Und die ging ebenfalls hier lang. Das heißt, wir haben hier alles wieder bereinigt. Versuchen wir mal ranzu... Ey. Ich hab nur einen Dreh gemacht. Boom. Dran. So, dann werden wir die mal zurückholen. Einmal zu diesen hier. Weil die haben hier zwei Fischer und bestimmt schon hier... Ja. Super. Dann gelagert. Essen. Damit die nicht verhungern. Und die anderen dürfen dann hier wieder hin. Zack. Und... Und... Gucken wir mal, wie sieht's denn mit der Mine aus? Ja, die Ware fehlt. Dann sehe ich... Keine andere Möglichkeit. Hä, wer wird denn da noch angegriffen? Was macht der auch da oben? Was sind meine Krieger oder wie? Hm. Komisch. Jetzt hätte ich da reingenistet. Okay. Gut, also wir brauchen einen Stein. Wie sieht's denn mit dir aus hier? Wie soll's denn mal mit dem hier abbauen? Ich muss hier wohl zuerst den Fuzil hier bauen. Wo wollen wir denn hier? Da haben wir Stein. Da haben wir. So. Wollen wir das Ding da einfach mal hin. Brauchen wir noch eine Straße dazu. So. Wunderbar. Ist doch klasse. Beschleunigen wir das Ganze mal. Entschuldigung. Gold gefunden. Ich werde verrückt. Da muss jetzt die nächste Mine hin. Und wieder kann ich nicht bauen. Ey, ich drehe noch durch. Gibt's doch nicht. Ich kann da nicht bauen. Ich kann hier nirgends wo bauen. Wieso kann ich da nirgends wo bauen? Hier könnte ich wieder... Hä? Okay, das ist doof. Eisen hat es gefunden. Wo? Ja, da oben. Ja, da war aber schon, mein Lieber. Gut, jetzt hat sie Eisen gefunden. Ich kann es da nicht bauen. Ist das doof? Doof. Na ja. Okay. Wir haben uns einen kleinen Überblick geschaffen. Ich werde jetzt nochmal einen Cut machen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.